Die Piratenpartei mischt die Politik derzeit ein bisschen auf. Gerade mal fünf Jahre alt würden sie in Bayern zurzeit 5% der Wählerstimmen bekommen. Mit diesem Rückenwind, da kandidiert jetzt der erste Pirat auch für das Bürgermeisteramt in einer bayerischen Stadt, und zwar in Landsberg am Lech. Erik Lemberg heißt er und unsere Oberbayern-Reporterin Julia Schenk hat ihn in Landsberg besucht. Das Rathaus von Landsberg, 1700 erbaut, hübsch verziert mit einer Stuckfassade. Jetzt soll es geändert werden, zumindest wenn es nach ihm geht. Erik Lembeck, Pirat und Kandidat für das Oberbürgermeisteramt. Unser erster Gedanke war einfach die Partei in Landsberg etwas bekannter zu machen, gerade im Hinblick auf die Wahlen, die nächstes Jahr anstehen. Uns ist klar, wir sind Realist genug, um zu wissen, dass wir nur Außenseiter sind, aber wir sind wahrscheinlich nicht der erste Außenseiter, der eventuell einen Sieg davon tragen würde. Erik Lembeck, 46 Jahre alt, verheiratet, Familienvater und Online-Händler. Jetzt geht's in die Politik. Über 200 Unterschriften hat er für seine Wahlzulassung gesammelt, innerhalb von nur sieben Tagen. Lembeck hat viel vor. Unsere Hauptziele sind einmal Bürgerbeteiligung und Transparenz. Was wir nicht machen werden, ist Konzepte aufzustellen und die den Bürgern probieren überzustülpen. Wir möchten, dass die Bürger mitentscheiden. Würde Lembeck zum Oberbürgermeister gewählt werden, käme noch eine weitere Aufgabe dazu. Löcher stopfen. Zweieinhalb Millionen Euro hat die Stadt mit riskanten Geldanlagen in den Sand gesetzt. Die Schulden vielleicht ein Motiv, mal eine ganz neue Partei zu wählen? Die Landsberger sind angetan. Ich bin dafür. Man muss immer offen sein für was Neues. Was bringt, werden wir sehen. Ich denke, es ist auf jeden Fall wert, sich das Ganze mal anzusehen. Ob er tatsächlich Chancen hat, weiß man nicht. Aber Piratenpartei ist ja stark im Kommen. Warum nicht? Wenn er es besser macht. Viel Arbeit liegt noch vor ihm. Erik Lembeck glaubt an seine Chance. Landsberg ist eine tolle Stadt, sehr lebenswert. Und auch, egal wie gut es ist, man kann es immer noch besser machen. Und da ist durchaus Potenzial da. Und mit der aktiven Beteiligung der Landsberger Bürger bin ich mir sicher, dass wir da auch einiges bewirken können. Ein Rathaus ändern. Pirat Lembeck nimmt die Herausforderung an. Gewählt wird am 11. März.